Vorgelesen Die Amnesisterinnerungen von Remember Me Teil 5 Technologie Jagdhandschuh Der Jagdhandschuh ist die bevorzugte Waffe der Gedächtnisjäger, einer kleinen Gruppe Krimineller, die in den späten 2060er Jahren auftauchte und die Kunst, anderer Leute Erinnerungen zu stehlen, perfektionierte. Es kursieren viele Diskussionen und Theorien über den Ursprung und die Handhabung dieses speziellen Werkzeugs. Die bevorzugte Waffe der Gedächtnisjäger, der Jagdhandschuh, erlaubt es ihnen, die Sicherheitssysteme des Sensens ihres Ziels unbemerkt zu durchbrechen. Der Handschuh stellt einen kurzen, aber tiefgehenden Kontakt mit der Matrix her, die die digitalisierten Erinnerungen des Opfers enthält und erlaubt es so, diese Erinnerungen zu stehlen. Jedoch erfordert der Erinnerungsraub mehr als nur einen Jagdhandschuh. Bestimmte zerebrale Eigenschaften sind nötig, um ihn zu benutzen. Ohne diese würde jeder Raub unmöglich sein. Der Benutzer ist ebenso wichtig wie das Werkzeug selbst. Es wird geschätzt, dass weniger als 100.000 Menschen überhaupt die Fähigkeiten eines Gedächtnisjägers besitzen. Kit Christmas, einer der berühmtesten reformierten Gedächtnisjäger, gab in seiner Christmas Show Preis, dass ein wahrer Gedächtnisjäger seinen Jagdhandschuh so kalibrieren und personalisieren kann, dass er ein einzigartiges Werkzeug erschafft, das auf sein zerebrales Profil angepasst ist. Kit glaubt, dass der Grad der Personalisierung oft entscheidend für den Ausgang eines Duells zwischen zwei Gedächtnisjägern ist. Aber der wahre Ursprung der Jagdhandschuhe bleibt im Dunkeln und gibt Anlass zu vielerlei Spekulationen. Es steht jedoch ohne jeden Zweifel fest, dass der Hersteller dieser Gegenstände wahrer technologischer Perlen weitaus mehr als eine gewöhnliche kriminelle Vereinigung sein muss. Einige vermuten, dass es sich um einen Abtrünnigen aus den Memorize-Forschungslaboren handelt und dass das Werkzeug, das ursprünglich vom und für den Geheimdienst zum Zwecke der Aufklärung und Gegenspionage entwickelt wurde, in die kriminelle Unterwelt durchgesickert ist. Der populäre Mythos von einem einzigen Erschaffer dieses Handschuhs, der sich irgendwo in einem geheimen Labor versteckt, ist wahrscheinlich nur ein Teil einer städtischen Legende im Zeitalter des Sensens. Reminiscene Die Reminiscene ist eine Technik, die zur virtuellen Projektion eines digitalisierten Erinnerungsfragments mittelt erweiterter Realität verwendet wird. Die Erinnerung wird in derselben Größe und Geschwindigkeit an Ort und Stelle abgespielt. Die Reminiscene-Technologie wurde zunächst von der Sabre-Einheit entwickelt, um durch den Zugriff auf die Erinnerungen von Augenzeugen oder Verdächtigen bestimmte Tatorte rekonstruieren zu können. Die digitale Erinnerung wird zu Bildern konvertiert, die direkt in den Sensern des Benutzers als 3D-Rekonstruktion des Ereignisses projiziert und dann vor seinen Augen abgespielt werden. Es war während der Gansberg-Affäre, der berühmte Bildhauer und seine Familie wurden in ihrem Anwesen in der Neu-Belville-Komfortburg ermordet, als die Forschung an der virtuellen Projektion einer Erinnerung begann. Auf Antrag des Anklägers und ungeachtet öffentlicher Proteste von Verwandten und zahlreichen religiösen Anführern wurde die digitalisierte Erinnerung der vier Opfer in den Sensern eingespielt, um ihre letzten Eindrücke zu kopieren. Die Ermittler dieses Falls führten eine manipulierte Projektion der letzten Momente eines jeden Opfers im Haus durch und konnten so herausfinden, dass die Mutter ihre drei Kinder und ihren Ehemann getötet hatte, bevor sie sich selbst richtete. Von diesem Erfolg angespornt, entschied sich die kriminalistische Abteilung der Saber-Einheit, diese Technologie systematisch einzuführen und entwickelte das Protokoll, das als Reminiscene bekannt wurde. Die neuesten Versionen dieses Programms können nun auch Ton wiedergeben, Es wurde zwar von Fällen der illegalen Benutzung von Reminiszenen außerhalb polizeilicher Untersuchungen berichtet, dies wurde aber nie durch eine unabhängige Quelle belegt oder bestätigt. AV-78 Horn von Jericho Der AV-78 Horn von Jericho, das Flaggschiff der Avram-Hesch-Labore, ist ein vielseitiger und ausgesprochen robuster öffentlicher Sicherheitsroboter, der regelmäßig von Saber-Agenten bei Überwachungs- und Strafverfolgungseinsätzen verwendet wird. In Situationen schwerer öffentlicher Unruhen unterstützt sein taktischer Einsatz die Bekämpfung von Aufständen und die Durchführung von Razzien. Der AV-78 Horn von Jericho, besser bekannt als Zorn, ist ein multifunktionaler Kampfroboter, der für die öffentliche Sicherheit in Auftrag gegeben wurde und der feindliche Ziele neutralisieren oder ausschalten soll. Als Überwachungsgerät vor Strafverfolgungsbehörden zeichnet sich der Zorn durch seine Stärke, Vielseitigkeit und einen hohen Grad an Autonomie aus. Er hat zudem die Fähigkeit, selbstständig Entscheidungen zu treffen, was ihn zu einem ausgezeichneten Bodyguard, Wachpost-Nordokopfgeldjäger macht. Der AV-78 wurde entwickelt, um in dicht bevölkerten Stadtgebieten zu operieren und so die Sicherheit von Gebäuden und Menschen zu gewährleisten. Seine Angriffstechniken sind daher so programmiert, dass sie das Risiko von Kollateralschäden und Verletzungen an einem jeden Bürger innerhalb seines Interventionsradius minimieren. Seine taktische Programmierung ist auf direkten Kampf ausgerichtet. Im Einsatz erlaubt die solide Rüstung des Zorns Kämpfe auf engstem Raum. Durch seine Größe und Kraft kann er jeden Gegner geschickt außer Gefecht setzen. Die Vollstrecker der Sabre-Einheit verwenden den AV-78 oft zu Überwachungszwecken. Sorne sind in Situationen ziviler Unruhen und besonders bei Aufständen, terroristischen Bedrohungen und schweren Zwischenfällen von Nutzen. Obwohl der AV-78 Horn von Jericho nicht für Einsätze auf dem Gefechtsfeld gedacht ist, kann er sich, in ausreichender Menge eingesetzt, als sehr effektiv gegen schwer gepanzerte Feinde erweisen, um ernste Bedrohungen abzuwenden oder repressive Maßnahmen, die zu heikel oder zu gefährlich für Menschen sind, durchzuführen. Spammer Die vermutlich von Kid Christmas entwickelten Spammer projizieren impulsartige Datenflüsse, um durch Informationsüberflutung nervliche und elektrische Überladungen auszulösen. Sie können sogar die Struktur bestimmter gebräuchlicher Gebäudestrukturen schwächen. Der für seine Arroganz berühmte Kid Christmas brüstet sich damit, dass er die besten Werkzeuge und Techniken entworfen und entwickelt habe, um Gedächtnisjäger anzugreifen. Aber sollte die unablässige Prahlerei dieses Ghetto-Kindes in seiner Christmas-Show als heilige Wahrheit betrachtet werden? Selbst wenn er den Spammer nicht erfunden hätte, wäre Kid noch immer der Respekt der Öffentlichkeit und seiner Fans für den beeindruckenden Funktionsumfang dieser Waffe sicher, die Schlichtheit, Einfallsreichtum und tödliche Effizienz in sich vereint. Zusätzlich zu seinem verheerenden Effekt auf Sensoren-Schaltkreise und das neuronale Netzwerk des Benutzers hat der Spammer auch überraschenden Einfluss auf Nanomaterialien wie das berühmte 3K, kohärente Kernverkleidung. Diese Materialien finden sich heutzutage überall, angefangen von Gebäudestrukturen über Präzisionswerkzeuge bis hin zu hochqualitativen Einrichtungsgegenständen der Oberklasse und aeronautischen Fahrzeugen. Das genaue Ausmaß dieses Effekts ist unbekannt, aber der impulshafte Datenfluss, der vom Spammer imitiert wird, könnte die nanometrische Struktur von Polymeren beeinträchtigen und ihre Stärke und Integrität nachhaltig schwächen. Paradoxerweise könnte der Spammer Kitts Lieblingswaffe auch das Ende seiner Medienkarriere bedeuten. Einige Beobachter sagen, dass das ehemalige Wunderkind sich weniger und weniger auf seine Gedächtnisjagdfertigkeiten verlässt, sondern es vorzieht, sich zu entspannen und für Wettkämpfe auf die unangreifbare Macht des Spammers zu vertrauen. Ohne Fleiß kein Preis. Diener-Roboter Diener sind humanoide, vielseitige Roboter, die ursprünglich dazu entwickelt wurden, persönliche Dienste auszuführen und die nun ebenfalls zu Überwachungs- und Sicherheitszwecken eingesetzt werden können. Dieses von den Avram-Hash-Laboren entwickelte Modell war die perfekte Antwort auf das Bedürfnis nach Sicherheit in einer urbanen Umgebung. Der erste Diener ging aus einem Robotikprogramm für Personenschutz und automatisierte Sicherheitstechnologien hervor. Sein schlankes Design und die physischen Proportionen eines erwachsenen Menschen mit gelassenem Gesichtsausdruck wurden wegen ihres psychologischen Effekts ausgewählt. Der Besitzer wird durch das Gefühl der Gelassenheit, das der Diener ausstrahlt, beruhigt und sein resolutes und sicheres Auftreten schreckt sehr wahrscheinlich mögliche Angreifer ab. Der Hauptvorteil dieser Maschine liegt wahrscheinlich in ihren relativ niedrigen Herstellungskosten, die zur Massenproduktion geführt haben und in deren Folge viele menschliche Agenten durch Diener ersetzt wurden, die nun undankbare Patrouillen und Wachdienste, Überwachungsaufgaben und Zugangskontrollen übernehmen. Die für den privaten Gebrauch bestimmten Roboter sind so programmiert, dass sie unter keinen Umständen einen Menschen verletzen können. Zwei Modelle wurden speziell für Wach- und öffentliche Sicherheitsdienste entwickelt. Der AV-48S Seraph, ein fliegendes Modell, das zur Überwachung eingesetzt wird und der AV-48N Nephil, zur Eindämmung von Unruhen oder für Notstandssituationen. Anders als die Standardmodelle sind diese beiden dazu ermächtigt, Gewalt gegen alle Personen anzuwenden, die als feindlich eingestuft werden. Pick Socket Der Pick Socket ist ein kleines, vielseitiges, illegales und effektives Gerät, das eine duale und energetische Salve erzeugt, um digitale Schlösser und Sicherheitssysteme zu umgehen. Wenn Sie einmal Ihren Zugangscode vergessen haben, wird der Schlüsseldienst wohl einen elektronischen Generalschlüssel dabei haben, der die Aufgabe erledigt. Der Pick Socket ist lediglich die digitale Version seines Vorgängers, das Pick Gun. Wie im Sicherheitssektor üblich tauchte der Pick Socket im Zuge der Entwicklung digitaler Schließtechnologien und der Verbreitung digitaler Schließmechanismen auf. Die ersten bekannten Pick Sockets waren seltsame Machwerke aus grundlegenden elektronischen und digitalen Komponenten. Mit der stetigen Weiterentwicklung der Herstellung digitaler Schlösser konfrontiert, verbesserten geschickte Bastler und andere zwielichtige Schlosser die Technologie des Pick Sockets. Erstaunlicherweise, indem sie ihre Grundbausteine vereinfachten. Während der letzten Jahre gab die Sabre-Einheit zu, nach Werkzeugen zu suchen, die in der Lage sind, auch die hartnäckigsten Schlösser zu öffnen. Der Pick Socket ist ein vielseitiges Schweizer Armeemesser für die Diebe des digitalen Zeitalters. Glücklicherweise sind Pick Sockets dieses Kalibers selten und weit außerhalb der Reichweite gewöhnlicher Einbrecher. Die Funktionsweise des Pick Sockets ist nicht im geringsten kompliziert und basiert allein auf der Qualität des Herstellers. Sie emittiert eine Salve von Datenmüll und Energie, die in der Lage ist, numerisch verschlüsselte Systeme zu überladen und zu knacken und sie dadurch zu zwingen, in den Binärmodus zu wechseln, beispielsweise ein oder aus. Ein Pick Socket muss, um zuverlässig eine Salve abgeben zu können, aufgeladen werden, was einen Dieb deutlich behindern könnte, wenn er sich mit einer Reihe von physikalisch unterschiedlichen Schlossmechanismen konfrontiert sieht. Die SAT-Technologie hat die Verwendung automatisierter Behandlungssysteme, den Zugang zu Patientenuntersuchungen und das Verabreichen von Nanoworkstoffen in Routinevorgänge verwandelt. SOM-Agent oder SAT-Technologie ist das Ergebnis einer Veränderung des medizinischen Paradigmas, das sich aus diesen drei Entwicklungen ergeben hat. Automatisierung nichtchirurgischer Prozeduren, SAT-Terminals und Stationen, Verbesserung der Patientenüberwachung, Widerstandsfaktor, umfassende autorisierte Bandbreite von präventiven oder kurativen Nanotechnologien. SAT-Terminals entstanden aus diesen drei Entwicklungen heraus. Mittlerweile werden automatisierte Systeme, die ihren Abonnenten einen vollen diagnostischen und behandelnden Service zur Verfügung stellen, gemeinhin in ganz Neoparis verwendet. Abhängig von den medizinischen Anforderungen, Wunde, Entzündung, Vergiftung, Knochenfraktur, Migräne und so weiter, verabreicht das Terminal einen Nanofluss somatischer Wirkstoffe an den Körper des Patienten, um den richtigen Grad körperlicher Leistungsfähigkeit wiederherzustellen und jede Krankheit, die keines weiterführenden chirurgischen Eingriffs bedarf, schnell und schmerzlos zu behandeln. Die Behörden haben kürzlich die stadtweite Verteilung von SAT-Stationen für die wenigen wohlhabenden Einwohner verstärkt. Das System ist zwar auf Erste-Hilfe-Leistungen begrenzt, aber trotz seiner Beschränkungen, die Station hat keinen Zugriff auf die Krankengeschichte des Patienten, bietet die SAT-Station einen anonymen, kostenlosen Service an, der überall verfügbar und bei einem Notfall lebensrettend ist. Abseits der Öffentlichkeit wurden Anwendungen entwickelt, die den Widerstandsfaktor einer Person permanent erhöhen sollten, indem ihr Organismus mit wiederherstellenden Nanowirkstoffen überflutet wird. Die als SAT-Pflaster bekannten Anwendungen wurden ausschließlich für den Gebrauch durch die Sabre-Einheit entwickelt, sind jedoch auch auf dem Schwarzmarkt erhältlich. SCARAMECHS Der genaue Zeitpunkt ihres ersten Auftauchens in Neo-Paris ist ungewiss, jedoch sind SCARAMECHS das robotische Äquivalent zu raten. Diese Schädlinge haben sich perfekt der digitalen Ära angepasst und ernähren sich von den Abfällen der Gedächtnisgesellschaft. SCARAMECHS sind kleine, stark anpassungsfähige Roboter, die sich zu autonomen, insektoiden Kreaturen entwickelt haben, deren einziges Ziel darin besteht, sich mit Energieressource-Punkten und Informationsknoten zu verbinden, um zu überleben. Niemand kann genau sagen, wo sie herkamen, aber die anerkannteste Theorie besagt, dass sie bastardisierte Roboter des japanischen IMB-Programms Industriemüll-Beseitigung sind. Maschinen, die den industriellen Abfall recyceln sollten, der die japanische Inselgruppe in der Mitte des 21. Jahrhunderts zu überwältigen drohte. Einst getreue Recycler wurden SCARAMECHS schnell zu unkontrollierbaren Parasiten, die sich vom Fluss der Erinnerungsdaten ernähren und die nützlichsten Fragmente in ihrem synthetischen Speicher einlagern. Da die Behörden in Neo-Paris annehmen, dass die SCARAMECHS gegenüber Menschen relativ harmlos sind, ignorieren sie die potenziellen Risiken, die mit der Ausbreitung dieser Kreaturen verbunden sind, fast vollständig. Dieses entspannte Vorgehen wird jedoch dann in der Kritik stehen, wenn, wie einige Wissenschaftler glauben, diese Roboter jemals die Erinnerungstrümmer der Stadt dazu verwenden sollten, um sich zu einer höheren und vielleicht räuberischeren Lebensform zu entwickeln. Unabhängig von dieser Hypothese jedoch führen die Behörden eine Risikobewertung der materiellen Schäden durch die SCARAMECHS durch.